Mmmmm, Metteleute, Serplin hier. Heute geht es mal um eine Sache, die ich ja relativ ekelhaft finde, oder nicht ekelhaft, sondern einfach nur ein bisschen verwirren, und zwar Windows 11. Falls ich es nicht mitbekommen habe, die Windows 11 Datei wurde geleakt, also eine ISO davon wurde geleakt, die eigentlich nur eine Entwicklerversion ist. Und ja, es sieht bis jetzt nicht sehr gut aus. Es sieht einfach nur aus, als hätte man Windows genommen und es hätte einfach irgendwie gesagt, hey, macOS hat eine verfickte Taskleiste in der Mitte, lass das implementieren und unsere fucking Ecken rund machen, so. Es ist nicht ein gutes Zeichen, wenn dein Betriebssystem am meisten dafür fucking nochmal gelobt wird, dass du geile neue Hintergründe hast. Das ist nicht eine positive Sache. So, tolle Hintergründe sind ja schön und gut, aber Gott, es braucht ein bisschen was anderes als einen schönen Hintergrund, damit ich mir ein neues Betriebssystem anlege. So, aber ja, es ist irgendwie weird, dass so eine Scheiße irgendwie passiert, aber naja, ich verstehe es auch irgendwie allgemein nicht, was der zersinnende ist. Also, wenn man sich das mal anschaut, es hat keine neuen Features. Windows 11 hat kein einziges neues, großes Feature. So, das ist ja die Sache, die man eigentlich bei dem Betriebssystem erwarten würde, mindestens so ein großes Feature. Aber nein, es ist das einfach nur ein verfickter Windows 10 Reskin, bei dem irgendwie die fucking Taskleiste in die Mitte geschoben wurde. So, es ist einfach nur nochmal, hey, wir ziehen dir 200 Euro aus der Tasche, damit du dir eine verfickte Windows 11 Lizenz kaufst. So, es sieht absolut bis jetzt un-fucking-mal versprechend aus, aber hey, was soll man denn tun, ne? Was soll man denn tun? Naja, ist auch eigentlich kacken, egal wie die das jetzt machen, weil ich werde es mir sowieso nicht kaufen, ne? Ich bin ehrlich, ich bleibe bis, naja, sie haben es gesagt, Windows 10 noch bis 2025 unterstützt. Ich bleibe bis dahin einfach Windows 10 Nutzer. Und wenn danach nicht irgendwie das gleiche passiert mit Windows 7 zu Windows 11, äh, zu Windows 10, ja, dann, ich werde einfach die Scheiße auf fucking The Pirate Bay cracken. Ich gehe dafür kein Cent aus. Microsoft kann sich da kreuzweise mal ans Knie ficken lassen. So, aber naja, ist auch nur meine Meinung. Danke fürs Zuhören, ne? Ähm, denkt dran, bleibt toxisch, der Abonniert mich, Dislike mich, entweder mit dieser verfickte Glocke und jetzt, drunter vom Rasen in den Hohen Sinne. Nja. Nja.